Please hold for a very important message. Okay, für dich. Ja, ich rede viel mit meinen Hunden. Ich habe das in den Kommentaren gesehen zum letzten Bild. Äh, Video. Bild. Zum letzten Video. Ja, wir reden viel miteinander. Und das ist auch gut so. Kommunikation ist wichtig. Ja, in der Familie. Wir machen das. Ja, Mensch. Was geht denn heute so bei mir? Also, ich bin müde. Ich bin richtig müde. Ich finde einfach, die zwei Räume, die schon fertig sind in meiner Wohnung, sind einfach richtig gemütlich. Also, ich lege mich gerne hier hin. Ich lege mich gerne ins Schlafzimmer. Ich lege mich einfach hin. Und bevor ich mich hinlege, gucke ich mir alles so ein und denke mir so, oh, schön. Es ist crazy, ne? Deswegen, ich sage euch, Innereinrichtung ist für mich wirklich, wirklich wichtig. Das macht bei mir voll was aus. Aber eigentlich hätte ich die Wohnung lieber nicht renovieren sollen, weil desto schöner das ist, desto öfter mache ich auch einen Nap, ne? Das Wetter ist bei uns gerade richtig grauenvoll. Es ist wirklich so regnerisch und so. Das macht es halt nicht besser. Weil wenn gutes Wetter ist, habe ich dann auch oft so das Gefühl, ich muss jetzt was leisten, damit ich dann das Wetter genießen kann. Aber wenn es so pissig ist, denke ich mal so, ja, juckt jetzt gar keinen, ob ich schnell fertig bin oder nicht. Und dann komme ich so lange ins Trödeln, dass ich dann immer so in so Schwierigkeiten komme mit danach noch Gassi, danach noch Sport und danach noch einen Freund oder eine Freundin treffen. Ja. Okay. Was können wir denn sonst noch sagen? Nichts eigentlich, ne? Wir machen mal den Kombi des Tages. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht, wie ihr in diese Woche gestartet seid. Und wie das Wetter bei euch ist. Was sagt der Wettergott bei euch? So, gucken wir uns das Video von gestern an. Und da gibt es ein Kommentar von Bianca Bocklam, 96,50. Dreimal die 10. Nein, Spaß. Hallo Bianca, danke für deinen Kommentar. Du schreibst, niemals würde ich dafür bezahlen, dass Yannick nur seine Seite erzählt. Es gibt nicht eine objektive Wahrheit. Das ist die Schnittmenge der meisten subjektiven Wahrheiten. Er hat nur seine Meinung gesagt, aber was daran alles wahr ist, wissen wir nicht. Bin kein Jellis-Fan, aber er ist nicht besser. Finde ich absolut legitim. Danke, dass du mich da auch nochmal dran erinnerst. Das ist nämlich so mein Sprichwort eigentlich sonst auch immer. Jeder hat Recht. Nicht nur einer erzählt die Wahrheit. Also alles, was ihr hier zum Beispiel hört, auch aus meiner Sicht, aus meiner ehemaligen Beziehung, das würde sich ganz anders anhören, wenn mein Ex-Partner auch einen YouTube-Channel hätte. Zum Glück hat er den nicht. Nein, Spaß. Nein, aber jeder hat Recht. Und während ich früher noch sehr, sehr fassungslos war, in so einer Streitsituation oder so, weil ich mir so dachte, willst du mich jetzt gerade verarschen? Denke ich mittlerweile, nee, also das ist die Wahrheit dieser Person. Und die ist falsch. Nein, Spaß. Aber die ist ganz abweichend von meiner und dann ist das halt auch fein so. Das muss man dann akzeptieren. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir. Heute ist das vollgepinkelte Vorgeplänker ein bisschen kürzer. Ex on the Beach kannst du gucken in voller Länge auf RTL Plus. Dafür brauchst du ein RTL Plus Premium-Abo. Und das bekommst du bei mir vergünstigt. Im ersten Monat kostenfrei. Im zweiten Monat 50%. Im dritten Monat 50%. Und alles, was du für diese zweimal 50% machen musst, ist, dich runterzubegeben in die Infobox und dir da die Informationen anzugucken. Jermaine. Oh, okay. Es geht ja darum, dass die hier entscheiden müssen, ob Jermaine oder Zaza die Villa in Mexiko verlassen müssen. Wer von beiden? Und die Ladies sollen bestimmen. Und was bestimmt denn hier die Anastasia? Ich muss sagen, ich liebe Anastasia, ne? Jermaine würde dich eher ficken, deswegen geht meine Stimme an Jermaine. Das ist genau richtig. Sie sagt, was viele denken. Und ich liebe sie, weil ich finde, bei ihr wirkt es auch gar nicht aufgesetzt. Sie lebt das auch wirklich, ne? Also sie macht das zwar auch, weil sie verletzt wurde und weil sie da keinen Bock mehr drauf hat, aber sie macht diese Trotzreaktion wirklich sehr authentisch und I like. Und dann sieht sie auch noch gut aus und das geht ihr auch dann von der Hand. Also wenn ich jetzt beschließen würde, ab morgen Playboy zu sein, I don't know, ob die Leute da so viele wären, die sagen würden, ja, ich mach mit. Ich hab mit Jermaine nicht so viel zu tun, deswegen will ich, dass Sasa bleibt. Sasa. Ja, okay, das ist dann aber auch die einzige Stimme, die er bekommt. Ähm, meine Stimme auch für Jermaine. Hm. Das ist natürlich auch ein Schlag in die Fresse für Sasa, ne? Weil er dachte ja, sie wird so die Nächste sein, die wie Carina verrückt nach ihm ist, obwohl er sich scheiße behandelt und vor ihren Augen mit anderen flirtet. Meine Stimme auch für Jermaine. Ja, das war's dann. Ja, ist halt ein bisschen doof, ne, Sasa? Ach Mensch, Sasa, weißt du? Ist ja auch irgendwie scheiße alles, ne? Mir macht auch nur Jermaine Sinn, Sasa. 5-1. Ja, gut, danke. Ist halt so mal ein kleiner, mal so ein kleiner Reality-Check, ne? Ich finde halt auch, also es gibt Leute, die diese Player-Rolle wirklich sympathischer spielen als andere. Zum Beispiel der Jermaine, ne? Der nervt mich auch ein bisschen mit seinem Wolfgelaber, aber er ist irgendwie noch sympathisch dabei. Und ich finde, beim Sasa war das so auf zu toxisch. Also es war so auf zu toxisch und zu gewollt so. Aber du chillst einfach, ne? Du machst auch kein Drama und so, so unnötig. Null. Wenn kommen die Leute zu mir und machen Drama? Was man natürlich so hört, ist natürlich, dass sie dann schon über Leute gelabert hat, bevor sie eingezogen sind. So eine J-Lo zum Beispiel hat das ja in ihrer Story erzählt. Das könnt ihr immer in der letzten News-Folge nachgucken. Und dann muss ich sagen, dann sorgst du ja schon so ein bisschen dafür, dass das Drama dich dann auch erreicht, ne? Aber ist das Vicky? Nein. Du bist zu schlank. Was? Die ist viel zu schlank für Vicky. Ja, Vicky hat in der Zwischenzeit vielleicht auch schon mal nochmal ein bisschen Staub gesaugt. Oder fettgesaugt oder so, ne? Die Silhouette kann sich verändert haben, seitdem du sie das letzte Mal gesehen hast. Mich suchen keine Männer aus. Sondern ich suche die Männer aus. Mhm. Sie ist eine selbstbestimmte Frau, die ihren Prinzipien treu bleibt. Und einige Minuten zumindest. Ich bin definitiv ne Frau, ja, wenn der Sex gut ist, dann schaue ich halt leider wirklich über sehr viele Sachen auch hinweg. Genau, und dann bin ich dann doch nicht mehr so independent und powerful und so weiter. Wenn das mir richtig besorgt, dann werfe ich alles über Bord. Ich bin Victoria, ich bin 26 Jahre alt. Okay, Victoria. So, jetzt ist wieder so ein Moment. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ist wieder so ein Moment, wo es um plastische Chirurgie geht. So, und ich werde hier völlig oberhalb der Gürtellinie bleiben. Ja, bleibe ich, wirklich. Weil ich glaube, Victoria hat einfach ein nicht allzu starkes Selbstwertgefühl. Und deswegen hat sie sich gedacht, sie muss am Äußeren sehr viel verändern. Hat sie auch. Das ist übrigens auch ein Thema, mit dem ich mich selber identifizieren kann. Ich habe Anfang meiner 20er jede Sonderzahlung, jedes Bonusgehalt investiert in Schönheits-OPs. Dazu wird es von meiner Seite aber auch noch was geben. Bleib da gespannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du sagst, du bist hier Mitte, Ende 20, du siehst aufgrund deiner Eingriffe für mich weitaus älter aus. Und ich finde auch, dass du so viel reingespritzt hast oder spritzen lassen hast in dein Gesicht, dass das schon nicht mehr gut aussieht. Das ist jetzt meine subjektive Meinung. Das kann man auch alles auflösen und so weiter, weil habe ich auch alles schon hinter mir. Weil ich dachte, das sieht irgendwie voll geil aus, wenn man so viel Jawline hat und so viel Wangenknochen und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das finde ich nicht schön. Und versucht euch nicht neu zu erfinden als Mensch. Weil das kann niemals aus einem gesunden Fundament entstehen oder einer gesunden inneren Haltung. Ich möchte definitiv die Frage nehmen an meinem Ex. Okay, also er ist richtig ihr Ex. Wisst ihr, was das Traurige ist? Die haben sich das letzte Mal gesehen bei I am the one. Die haben sich danach nie wieder gesehen und sie kommt hier hin und behauptet, es sei ihr Ex. Ist sie sauer? Ich weiß es nicht, woher jetzt kommt es jetzt. Das ist jetzt die große Frage. Man weiß halt nicht, ob sie sauer ist, weil das Botox wahrscheinlich dafür sorgt, dass man das eben nicht mehr erkennt. Es ist, das Gesicht ist eigentlich immer gleich, ob böse oder glücklich. Wie geht's? Gut, und dir? Sehr, sehr gut. Das zweite Mal ab, ja. Also sie möchte Drama kreieren, aber ich finde, sie wirkt dabei ein bisschen unbeholfen. Vor allem jetzt auch mit der nächsten Ansage. Zu allererst mal, ja, du hast mich hier verarscht. Ja, du hast mich ja richtig verarscht. Zu allererst, ne? Das stand auf meinem Skript. Auf meinem Skript. Und dann, was soll ich noch sagen? Warte mal. Ja, genau. Und dann warst du auch richtig blöd. Ja? Und, ähm... Ja. Du wohnst in Hamburg, in Berlin und ich in Dubai und das ist voll gemein. Dass du nie zu mir, genau, zu mir geflogen bist und so. Nicht umarmen, Ausrufezeichen. Genau, und ich umarme dich nicht. Was soll ich dir sagen? Du wohnst weit weg. Du wohnst halt einfach zu weit weg, Süße. Du bist jetzt auch nicht besonders oder so, dass ich jetzt nach Dubai fliege für dich. Hat mein Ego schon sehr verletzt. Und dass man das dann nicht mal so reflektiert, ne? Was habe ich da hochgeladen? Vorgestern hatte ich so einen richtig geilen Schub. Da hat mein Feed auf Instagram mir so richtig geile Messages von so, hier, Arbeit an dir selbst vorgeschlagen. So, mental health. Und dann war eins davon, wenn du begreifst, dass die Aktionen deines Gegenübers mehr mit ihm zu tun haben und seiner Beziehung zu sich selbst als zu dir, dann hast du schon richtig viel gelernt. Und da ist sie halt noch nicht. Na, der hat irgendwie vor zweieinhalb Jahren ihr Ego gekränkt. Und ihr Ego ist halt sehr, sehr dominant. Und jetzt ist sie zweieinhalb Jahre da und will Rache nehmen an ihrem Ex, der tatsächlich gar nicht ihr Ex ist. Boah, Viktoria, Wahnsinnsfrau. Also optisch gesehen, eine richtige Granate. Ist das so? Wirklich? Also, findet ihr das wirklich alle? Oder sagt ihr das jetzt, weil das Vertragsbestandteil ist, oder was? Meine Meinung haben ein bisschen Ähnlichkeiten zu Laura, deswegen ja, attraktive Frau, kann man nicht anders sagen. Boah, ich wette, also es gibt noch kein Q&A. Laura macht das bestimmt morgen oder so, ne? Aber ich glaube nicht, dass Laura das so sieht. Ich wohne in Dubai, ich wohne in Berlin. Ja, aber wenn man will, dann hätte man auch einen Weg finden können, sich zu sehen. Ja, aber du wolltest einfach nicht gehen. Ja, schau, das meine, ja. Du kannst auch kommen, ja, komm. Ja, komm doch nach Berlin, wenn du Bock hast auf meinen Dick. Also ich meine, was soll ich denn so weit fliegen, sag mal? Da kann ich ins Freudenhaus gehen und zahl weniger. Also zweieinhalb Jahre später, ich sehe hier keine Weiterentwicklung im Gehirn. Also sein Gehirn ist leider immer noch pathologisch gestört. Das kann ich so direkt einmal diagnostizieren. Hola, mujer, hermosa. Ist das wirklich dein Ernst? Ich spreche auch kein Spanisch, ne? Aber so ein bisschen. Ehrlich nicht? Er sagt jetzt hola, mujer, irgendwas. Also allein schon hola. Lassen wir einfach mal nur hola im Raum. Sagst du wirklich jetzt hola? Du bist in Mexiko, da spricht man Spanisch. Du kriegst wahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich ist die Fremdsprache Spanisch. Und du sagst hola. Hola, die Waldfee oder was? Hallo, schöne Frau. Das bin ich. Das bin ich, falls du es nicht gemerkt hast. Ich bin hier die schöne Frau. Was für die Sprache ist das? Spanisch. Spanisch. Oder? Okay, sie ist sich auch nicht sicher. Aber wieso denkt sie dann, da würde schöne Frau stehen? Also. Es gibt definitiv noch eine Chance, ja? Der Wolf hat immer eine Chance. Ist das wirklich sein Ernst, ne? Ist jetzt seine Resonanz immer so gut, dass er wirklich so selbstbewusst durch die Gegend watschelt? Also ich kann mir das bei ihm halt wirklich vorstellen. Es wirkt mir irgendwie nicht so gekünstelt, so auf den, als würde er sich das immer selber jeden Tag als Leitspruch sagen müssen, um es sich selber irgendwann zu glauben. Ich glaube bei ihm wirklich, dass er wirklich immer gute Resonanz hat. Er ist ja auch ein Hübscher. Und dass er das wirklich sich auch selber glaubt mit dem Wolf. Also würde ich dann wirklich ein bisschen was von abhaben wollen. Aber so könnten wir uns jetzt einmal Hallo sagen oder umarmen oder so? Nein, sie bleibt eisern. Sie bleibt hart. Die müssen jetzt auf ein Einzeldate, aber Hallo will sie ihm nicht sagen. Er hat einfach irgendwann angefangen, sie zu ghosten. Und die haben wohl monatelang geschrieben, jeden Tag telefoniert. Und irgendwann wurde das ein bisschen weniger und Jermaine hat einfach nie wieder geantwortet. Oha. Äh, also Jermaine hat eigentlich der Viktoria genau das angetan, was er Paulina vorwirft. Das ist ja komisch, dass man Sachen macht, die man selber gar nicht gut findet. Ja, ja. Dafür lieben wir sie, oder? So, das ist ja ganz komisch, dass er genau das Gleiche der anderen angetan hat, was er bei mir so blöd findet, ne? Hm, das ist aber ganz komisch. Und, bist du sauer auf mich? Hör mal zu, als die Sache ist, wenn man einfach keinen Bock mehr hat, dann kann man auch sagen, hey, Viktoria, hör zu. Es gibt ein paar andere, die mir gefallen. Ich wette, sie wäre dann immer noch sauer gewesen. Sie hätte dann Laura angerufen. By the way, ich bin Laura über den Weg gelaufen. Auf irgendeiner der Veranstaltungen, war das World Clubdom oder, was war das? Die war richtig süß. Die hat mich angegrinst. Die war, die war wirklich, die war so, hi, na? Hab ja auch, war ich auch ziemlich angetan. Aber es ist halt einfach nicht okay, wenn man so gar nichts sagt. Weißt du, gar nichts. Geht das in dein Spatzenhirn rein, so? Gar nichts ist ein bisschen blöd, ne? Das ist so nichts sagen wie mein Gesichtsausdruck. Im Endeffekt sah es jetzt so aus, als hätte ich dich so komplett irgendwie ignoriert. Oder hätte ich geghostet, so wie Paulina mich. Irgendwie sieht das so aus, ne? Ja, wenn man nicht schreibt, auf einmal gar nicht mehr antwortet und so, dann sieht das halt so aus. Aber es ist dann natürlich nicht so, ne? Es sieht nur so aus. Oder war es eben genau so, dass du auch ein Ghoster bist? Ein Ghost? Das ist wahrscheinlich so die erste Frau im Leben, die dir so eine richtige Abfuhr gegeben hat, ha? Seht. Verdient. Meint er das jetzt ernst? Ist das wirklich so, dass es ihm noch nie eine Frau vorher eine Abfuhr gegeben hat? Ist das wirklich so? Ich finde das voll krass, also vielleicht kontaktiere ich den Arzt von Viktoria doch nochmal und lasse mir so ein Gesicht verpassen wie Jermaine. Egal, überleg kurz recht. Nein, mir fällt eh nicht schnell, aber da ist ein bitterer Stoff drin. Okay, also die beiden nähern sich an. Er wollte einmal ein bisschen punkten und ihr erzählen, dass Bitterlemon voll gesund ist, weil da ein bitterer Stoff drin ist. Aber er kommt nicht auf den Namen. So, aber ich glaube, er braucht auch nicht mit Schlauheit zu punkten. Also ich meine, es reicht schon, wenn du da bist und wenn du den Mund aufmachst und einfach du bist. So wie Gott dich schub. Vielleicht nicht Wasser drin ist, aber es ist gut. Bocz finde ich richtig, richtig gut. Ja. Ich kann sie auch verstehen. Irgendwie hat der was, ne? Der ist, ja, ganz süß. Ein ganz süßer. Bei Bocz muss ich sagen, der sieht das schon ein bisschen ähnlich. Er hat schon Ähnlichkeiten, weißt du? What the fuck? Also er sollte am besten keine Vergleiche mehr machen. Erstmal sagt er, dass Viktoria so aussehen würde wie Laura. Äh, nein. Und dann erzählt er, dass Bocz so aussehen würde wie Maurice. Nein. Nein. Computer sagt nein, nein, nein. Also genau das, genau. Genau das jetzt. Das will ich nicht. Also ne. Boah. Das ist echt hart. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, als würdest du gerade in der Macht sein, das zu entscheiden. Das ist ja vorbei mit euch, verstehst du? Also juckt keiner, ob du das möchtest oder nicht. Der Zug ist abgefahren. Ich hatte ja schon auch was mit jemand anderem hier. Es war halt nur so kurz Ficken aus Langeweile. Aus Langeweile. Hört man halt nicht so oft aus dem Mund einer Frau, ne? Aber ich finde, sie revolutioniert so ein bisschen das Frauendasein. So, ich hatte einfach Bock, weil das habe ich mir gegönnt. Er hat mich durchgenommen und fertig. Aber geht so. Und es war mir einfach nur langweilig, verstehst du? Da muss er auch erstmal schlucken. Die Anastasia ist verdammt offen, ne? Und ich schätze das an einer Frau so sehr, wenn sie so offen ist. Weil ich finde, so muss jede Frau sein. Ja. Ich finde auch. Also jede Frau darf gerne so sein, wenn sie das möchte. Aber auch die, die man dann später heiraten möchte, ne? Ich hoffe, er macht dann jetzt nicht noch so eine Diversifizierung oder Differenzierung so rum. Differenzierung zwischen Frauenverfahren und dann die Frau, die ich irgendwann heirate. Die dürfen gerne alle so sein oder gewesen sein, ne? Genau wie ihr. Also mein Motto ist, your kink is my kink. Ich mag das gerne. Ich teile das auch mit ihr, weil sie meint so, was dich geil macht, macht mich automatisch auch geil. Also wenn ich weiß, dass Nippel so ein Ding für dich sind, dann werde ich diese Karte zücken, weil es macht mir Spaß, dir dabei zuzusehen, wie du dabei abgehst. Da bin ich bei ihr. Und hattest du schon mal einen Dreier? Das möchte ich jetzt aber auch gerne wissen. Ja, normal. Ey, mach mich wenig Horni jetzt. Mach ich dich Horni? Ja. Er ist so süß, ne? Außer wie er redet und so. Dann kann man ja erst recht immer nicht aufhören, finde ich. Das ist ja so. Man hat doch gerade jetzt angefangen, weißt du? Sie ist so verdorben. Ich würde gerne, wisst du, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne so für ein Jahr Anastasia sein. Wisst ihr? Kannst du dir ja irgendwie hochklemmen oder so. Das geht hier nicht so gut, oder? Ja, das ist halt witzig, wenn es dann da rauskommt. Also ist das so groß, dass es dann rausgucken würde. We see, we see. Ich meine, es war immer meine Wunschvorstellung und ich habe nie gedacht, dass eine Frau so drauf ist. Anastasia ist so drauf, deswegen. Ich habe mir das immer gewünscht, dass einfach jede Frau Bock hat, direkt drauf zu hüpfen und alles mit sich machen zu lassen. Und jetzt gehen meine Träume endlich in Erfüllung, Leute. Der neue Hintern muss natürlich direkt angemalt werden, definitiv. Der war teuer, beziehungsweise es war eine Kooperation bestimmt, aber den wollten wir einmal direkt anmalen. Das macht richtig Spaß, diese transferierten Fettzellen zu betatschen. Ich bin Max, 27 Jahre alt und ich bin nicht nur ein Vollstrecker auf dem Fußballplatz, sondern werde es auch in der Villa sein. Er ist ein Vollstrecker, ein Zwangsvollstrecker. Ich habe meine Rechnung nicht bezahlt. Grenzen gibt es bei mir keine, ich bin offen für alles. Das hört sich doch vielversprechend an. Für alle, oder? Der erste Eindruck von Vanessa ist auf jeden Fall positiv, weil sie halt echt auch vom Optischen eine Frau ist, die mich sehr, ich sage mal, sexuell anzieht. Könnt ihr das bitte einmal wegpiepen, wenn Sharon das guckt? Ich glaube, das könnte nochmal alte Wunden aufreißen. Hast du das Milch raus? Hast du ein Quatsch? Ja, klar, auf jeden Fall. Du trinkst noch, wenn du willst. Ich habe leider kein Glas mehr, aber halb so wild. Wenn du Brot bein möchtest. Ich trinke gleich ein Stückchen von dir. Ich trinke gleich einen Schluck von deinem Saft, also man hatte gar keine Sorgen. Das läuft ja, also das läuft ja wirklich wie am Schnürchen. Der hat sich die direkt zur Seite geholt. Sie hat natürlich auch Bock, also wow. Was machst du beruflich? Ich bin jetzt im Augenblick Masseurin. Mit Happy End oder ohne? Nein, ohne. Ohne. Nur wenn du ein Stammkunde bist und so eine Stempelkarte hast, dann mache ich auch mal jedes zehnte Mal ein kleines Happy End für dich. Mann, ey Leute, ohne Scheiß, ich bin der entspannteste Typ überhaupt. Oh, die reden auch schon lange, ne? Ja. Ja, aber ich bin voll entspannt. Das ist genauso glaubwürdig wie das, ey, ich bin voll cool damit von Carina. Aber okay, bist du gerade irgendwie, sag ich mal, festgefahren? Nein, schon die ganze Zeit nicht. Nee, nee, schon die ganze Zeit nicht. Also ich wollte Marvin wieder warm machen, aber ja, das ließe sich auch ganz schnell wieder vergessen, ne? Also wenn du Bock hast, voll gerne, ja? Neue Schlagzeilen sind immer besser als alte. Ich fühle mich sehr sicher mit Yasin. Er gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl und es gibt nichts, was ich irgendwie an ihn ändern möchte. Das ist voll schön, wie sie sich das alles einredet, ne? So, vielleicht glaubt sie es dann auch irgendwann selbst, ne? Also sie fühlt sich so sicher. Das ist so, als wenn du dich kurz vorm Bungee-Jumping-Sprung sicher fühlen würdest, ja? Das ist genau das Gleiche eigentlich. Er soll genauso bleiben, wie er ist, ja? Ja, Paulina geht hier natürlich wieder vorbei, genau im richtigen Moment und sie denkt sich auch so, kleiner Wichser, ey. Naja, ihr werdet schon noch sehen. Hallo! Hi! Schön! Du auch, danke schön. Sie hat einen tollen Körper, schöne Zähne, aber ich glaub, wir haben einen anderen Vibe. Karina guckt sich aber auch so an, als wenn sie so ein Tier im Zoo wäre, ne? Hallo, du Schöne, ja genau, mhm. Ja, oh, okay. Oh, ja, voll die Schöne, ja, so. Also sie hat einen ganz, ganz tollen Po, ne? Achso, das ist nicht ihrer Eier. Und ganz, ganz tolle Zähne. Achso, das ist Porzellan. Ja, 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 aber wir viben halt gar nicht so, ne? Ich finde sie optisch extrem attraktiv, keine Frage. Okay, ja. Wir sind bei Ex on the Beach, natürlich werde ich schauen, wie gut Viktoria mich findet. Ich werde mich jetzt nicht in Handschellen festlegen und mich in der Ecke verstecken. Allein schon, ich werde schauen, wie gut Viktoria mich findet. Merkst du eigentlich, wie lappig sich das anhört? Und also so alleine, dass du das brauchst, dass du jetzt bei jeder Frau abchecken musst, ob sie dich gut findet. Wozu? Willst du nicht irgendwann mal erkennen, wer du bist und vielleicht mal so ein bisschen zu dir finden? Nein, bisschen weniger lost sein und so. Warum brauchst du den Zuspruch jeder Frau, die reinkommt? Warum? Denk mal bitte drüber nach. Und erinnerst du dich noch, wie du drauf warst, als Carina in der letzten oder vorletzten Folge auf Botch getroffen hat? Wie sehr du dir in die Hosen gemacht hast und wie sehr du aussahst wie der Tod? So, warum tust du das jetzt Carina wieder an? Es riecht nach Plastik. Es riecht nach Plastik? Ja, fragt dich mal warum. Einfach jetzt drei von der Sorte. Achso, sie meint von dieser wunderschönen Sorte. Sie hat ja gerade zu Viktoria gesagt ins Gesicht, oh süßte, du bist so schön. Und jetzt so, oh, jetzt haben wir einfach drei von dieser gemachten Sorte. Das ist ein Hesort. Du bist ein Spezies. Ich spür's dir. Das ist echt creepy. Das sind halt die Kardashians. Ich sag aus euch, die Kardashians haben das gemacht aus der Gesellschaft. Jede Frau, viele Frauen denken, sie bräuchten Kurven. Einer der gefährlichsten Eingriffe überhaupt. Sie bräuchten krasse Wangenknochen, sie bräuchten so ein Contouring und bla bla bla, um irgendwie akzeptiert zu werden in dieser Gesellschaft und was wert zu sein. Alle mitgemachten, Po, gemachte Brüste, Lippen, Augenbrauen. Das ist halt so das Basis-Equipment, ne? Das brauchst du, das ist die Basis-Ausstattung. Ich glaube, weil das Bermuda-Dreieck ist. Es schließt sich. Die sehen sich aber echt alle drei irgendwie so ein bisschen ähnlich, ne? Bocci und Anastasia? Ich wusste es, ich wusste es. In der Date-Kabana könnt ihr euch auf ganz harmlose Weise ein bisschen für den Erdfall proben. Ey, Maurice wird auch so richtig genommen in diese Sendung, ne? Das Terror-Tablet schickt einfach Bocci und Anastasia hoch in diese Kabana. Die haben eh so Bock aufeinander. Deren Körper verzernt sich nacheinander. Und Maurice darf das einfach vorlesen, der Arme. Ich würde dir jetzt lügen, wenn ich sage, mir ist das scheißegal. Ja, aber boah, das ist voll okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Nutzt ein Gummi vielleicht noch, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich hier noch was übertragen habe an Krankheiten. Alles gut, Leute, wirklich. Alles gut, alles gut. Nein, ich bin alles gut. Wirklich, wirklich alles gut. Sie mag es doggy voll gerne. Macht das mal mit ihr. Ja, soll ich dir nochmal kurz zeigen, wie es geht? Macht einfach. Viel Spaß mit ihr. Alles gut, I love you. Hallo, ja, genau. Nicht so laut, ja? Ich bin ein bisschen müde, will schon schlafen gehen. Okay, ciao. Ja, ja, alles gut. Ich kenne es nicht, dass Anastasia einen mir vorzieht. Kenne ich einfach nicht. War noch nie so. Naja, sie hat doch letztens erst mit Dominik geschlafen, oder nicht? Ich fress dich hier nicht auf. Was? Was willst du nicht? Botsch ist auf jeden Fall so ein wildes Tier, ne? Eine wilde Raubkatze. Ja, ich hoffe, die haben die Zeit genossen da oben auf jeden Fall. Ja, ja, also ich hoffe wirklich, die haben das auch alles ausgekostet. Ne? Das wünsche ich mir wirklich für die, weil sonst kriege ich, finde ich auch keinen Frieden. Hoffentlich geht es denen gut. Du sagst ja, dass Yasin die ganze Zeit mit der einen so festgefahren ist, ne? Ich will nur, dass du weißt, dass sie so schauen will, wie weit der geht. Einfach aber nur, um zu beweisen, dass er hier nur eine Show macht. Was ist das, Mann? Weißt du, was ich meine? Ich liebe dich doch, Paulina. Ja, ich habe dich heute erst kennengelernt. Und ich möchte nur für dich beweisen, dass Yasin auf mich abfährt. Okay? Ich mache das nur für dich, meine Süße. Einmal drehen, einmal drehen. So viele Komplimente am ersten Tag. Was ist das denn, ey? Deine Freundin hier, die wird doch schon eifersüchtig. Wir sind doch nicht zusammen. Oh, ich finde es so widerlich. Oh, ich finde das einfach wirklich widerlich, dass der Yasin so drauf ist. Und alle Sachen, die er gleich noch sagt, ne? Da dreht sich mir der Magen um, ne? Weil mir so viel davon auch, ja, so bekannt vorkommt, ne? Also, widerlich. Warum wollen diese Menschen in die Bindung gehen? Warum, warum verschwendet Yasin die Zeit von Karina? Sie lässt es natürlich mit sich machen. Aber warum will Yasin eine Bindung zu jemandem eingehen? Du bist dafür nicht gemacht, mein Süßer. Willst du dich hier rübersetzen? Ja, genau. Ach so, jetzt geht er nochmal separat mit ihr reden. Warum denn? So, dann gehen die rüber. Und Karina, ne, das macht gar nichts mit ihr. Guck mal, sie sieht so glücklich aus, ja? Ja, weil sie behauptet nämlich jetzt die ganze Zeit, ne, ist alles fein für sie. Aber, also, das kannst du uns nicht erzählen. Du redest dir das ein. So, hab ich auch zwei Jahre lang gemacht. Ja, nee, ist voll okay für mich. Ja, ja, ich muss auch an mir arbeiten, ne? Und so, ja, genau, ja. Warum muss er jetzt mit ihr flirten, obwohl er dich doch so geil findet? Warum? Ja, Yasin redet heute viel mit Viktoria. Sie ist heute eingezogen. Ich mach mir gar keinen Kopf. Sie ist so eine schlechte Lügnerin. Vor allem guckt sie dann auch immer so runter und macht sich irgendwie die Haare und so. Das kennen wir ja schon aus den letzten Folgen. Ich mach mir gar keinen Kopf. Aber warum muss denn Yasin mit der neuen Frau, die er zugleich ja auch heiß findet, erst mal flirten? Warum? Welchen Sinn macht das? Ich war auch gerade so, ey, wow, wie würde es denn sein, wenn du kommst? Weil ich so, boah, Jermaine, weiß ich ganz genau, sie ist richtig mein Typ. So, ne? Wow. Finde ich auch. Würden die über irgendwas anderes reden, ne? Über irgendwie Leute, die sie kennen? So, ich finde, dann könnte auch Carina mit dabei sein, erstens. Aber dann macht er ja auch noch so, also versucht er ja hier noch so rauszuholen, was geht an Bestätigung, ne? Sagt er ihr, sie sei sein Typ und so. Als schämst du dich gar nicht? Ich könnte kotzen. Also mir kommt mein Essen wieder hoch, wenn ich solche Menschen sehe. Du meinst, Jermaine, sag ich so, ey, bitte, sag mir, dass sie aber charakterlich scheiße ist. Aber du machst mir gerade den Eindruck so, schon gut. Er schämt sich auch gar nicht, ne? So, auch nicht vor seiner Familie oder so. Seine Mutter ist ihm doch auch wichtig. So, findest du das nicht ekelhaft? Gar nicht? Er fängt langsam an, Grenzen zu überschreiten, die er sich vorher nicht so getraut hat. Zumindest nicht, wenn sie dabei war. Ja, und weißt du warum? Weil sie ihm halt schon mehrfach verziehen hat. Sie hat sich ja, also immer, wenn ihr euch abwendet und wenn ihr zeigt, so nicht mit mir und dann aber wieder euch belabern lasst, verliert ihr immer mehr und mehr den Respekt dieser Person. Und sie geht dann noch eine Stufe weiter, weil sie ja schon wieder einmal erfahren hat, dass man es mit euch ja machen kann, dass ihr ein Wischmopp seid. Ach, ich bin voll gechillt, so. Was ist das? Sie lügt einfach. Sie kann einfach gar nicht lügen. Das ist ja das Blöde bei ihr. Hundertprozentig vertraue ich ihm. Ja, aber erklär uns doch mal kurz den Grund, warum du da jetzt alleine stehst. So aussiehst, als hätte man dich bestellt und nicht abgeholt. Ja, auf Wish. Und er ist da hinten im Separee alleine mit der Neuen, die er geil findet und flirtet mit ihr. Finde doch mal den Fehler. Merkst du, dass da ein Fehler ist oder nicht? Oder ist da hier die Auffangstation für die Neuen? Ich mach mir wirklich, ich vertraue beiden. Ach, sie vertraut beiden. Sie vertraut jetzt auch Viktoria. Alles klar. Voll gut, ja. Richtig toll. Gelassenheit und Blindheit liegen halt manchmal eng beieinander. Also Leute, ihr dürft das nicht machen. Es heißt nicht, ihr müsst das nicht machen, sondern ihr dürft das nicht machen. Sie denkt ja, sie müsste das jetzt mitmachen, um irgendwie so die Coole zu sein und irgendwie nicht als zu sensibel oder bedürftig rüberzukommen. Alter, in so einem Moment gehst du hin und klatsch dem erstmal eine. Ich hab meine Cousine gestern getroffen, dann hab ich ihr so erzählt, was so die Trennungsgründe bei mir und meinem Ex waren. Und dann hab ich sie mal gefragt, was würdest du eigentlich machen? Wenn dein Partner, angenommen ihr, aber die sind ja schon seit zwölf Jahren zusammen, was würdest du machen, wenn dein Mann, ihr seid auf einer Familienfeier oder whatever mit Freunden und dein Mann geht zu einer ledigen Heterofrau, setzt sich auf ihren Schoß, reitet sie und leckt sie dabei hier. Was würdest du machen? Ist mir ja widerfahren, ne? War ja nur ein Scherz. Sie meinte so, erstmal würde ich ihn da wegreißen, dann würde ich ihm eine reinhauen und dann würde ich ihn fragen, ob es ihm noch gut geht und ob man ihm helfen kann. Ja, wirklich. Weil das ist so respektlos. Und auch das hier, was umarmst du die Alte von hinten? Geht's noch? Also ich weiß, dass du und Carina nicht lange zusammen seid, aber ihr sagt ja immer, ein Tag im Reality-TV ist wie sieben Tage im echten Leben. Das bedeutet demnach, habt ihr euch füreinander irgendwie bekannt oder zueinander. Was machst du da? Ich find's einfach nur widerlich. Null unterhaltsam und einfach so richtig alle Daumen, die ich habe, gehen einmal runter für Yasin. Und dann erzählt er, dann sagt er, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass du irgendwie so allgemein was gegen Männer hast und dass du Männer immer schlecht kommentierst. Ja, das wird sein. Ja. Aber du erkennst schon den Unterschied zwischen dir und Anastasia, ne? Dass sie ganz klare Grenzen gezogen hat und jetzt Playgirl ist und dass du hier aber versuchst, mit Carina dir irgendwas aufzubauen und dann so eine Scheiße baust. Halt ein bisschen flirty, was soll ich machen? Ne, find ich überhaupt nicht sympathisch, überhaupt nicht auch lustig, dass er da noch sitzt und dass er das so als, ja, soll ich denn machen? Ne, ist gar nicht cool, gar nicht cool. Du wirst dadurch auch, also ne. Ist es zu viel oder nicht, oder? Ich hab's ja jetzt nicht geküsst, oder? Junge, du bist 30, ne? Über 30 schon. Und du fragst uns jetzt, ob dieses peinliche Verhalten zu viel ist. Wichtig ist doch, dass ich ganz am Ende vom Tage einfach wieder bei Carina bin. Was hat er denn am Thema Beziehung nicht verstanden? Also, wichtig, also den ganzen Tag über flirte ich mit anderen und hol mir irgendwie so das Selbst, diesen Push, den ich mir selber nicht geben kann, weil ich abchecken muss, ob jede Neue irgendwie auf mich stehen könnte. Und wichtig ist aber, dass ich abends, nachdem Carina den ganzen Tag leiden musste, weil sie sich das den ganzen Tag angucken musste, wichtig ist, dass ich dann abends bei ihr bin. Ist das so eine Nachtfreundschaft, oder was? Das lief ja wie ein Geld am Blitz. Sie hat doch immer so gerne Sprüche, ne? Die Schwestern freuen sich. Wie war's denn, Max? Ähm, Hallo. Habt ihr gekuschelt? Ja, aber da hab ich mich losgelassen, Max. Ja? Ja, das ist die ganze Nacht losgelassen. Das war mein normaler Kuschler, aber dann hab ich das mal an. Wie geil die darüber einfach reden, ne? Wollte der nicht irgendwie wieder was mit ihr anfangen? Und sie ist so, ja, nee, mit dem Max, ja. Ja, das ist mein Neujahr. Also voll schön, voll der Kuschler. Dann hat er auch meine Klitsche ein bisschen massiert. Also es war wirklich ganz toll. Und ich rasiere mich auch gerade für ihn. Also erstmal hab ich irgendwie geträumt, dass du neben mir schläfst. Und du hast mich so ein bisschen angefasst. Okay, in deinen Träumen, mein Süßer. Aber ich hab jetzt schon neun, ja? Aber du kannst es gerne trotzdem bei mir weiterprobieren, ne? Auch nach der Show. Kisses, jetzt bin ich bereit für dich. Genau. So, Carina und Bocz heißt er, ne? Treffen sich auf der Raucherliege. Und er hat irgendwie, irgendwie drückt der Schuh bei ihm. Er findet's, glaube ich, scheiße, dass er bei Carina nicht mehr landen konnte. Und fragt auch so, sag mal, wenn ich vom Yasin hier eingezogen wäre, was wäre dann? Er hätte Fahrrad gehabt und sie sagt so, Junge, weiß ich nicht. Es ist, wie es ist. Ich hab mit Yasin, in Yasin, meinen Traumpartner gefunden, den hier. Der kümmert sich so gut um meine Gefühle und um mich und so und natürlich auch um die Gefühle aller anderen Frauen. Das ist meine Number One. Ich bin seine Number 150 und deswegen, sorry, du bist es spät. Ich hätte das Gespräch hier gerne unter keiner Freundschaftsbasis geführt, aber man kann halt gewisse Sachen nicht ändern. Ich glaube sogar, dass der Botsch ein bisschen harmloser ist als der Yasin, würde ich jetzt mal meinen. Und außerdem sieht er besser aus. Also ich hätte jetzt an Carina Stelle tatsächlich nochmal, Stella, ich hätte an Carina Stelle tatsächlich jetzt nochmal schnell umgestrückt, umdisponiert. Ich werde zum Botsch jetzt nochmal schnell rübergesprungen. Das ist ja kein Verlust, wenn man den Yasin nicht mehr hat. Vielleicht andermal irgendwie, wenn es mit euch nicht klappt. Also nichts. Ja, also eigentlich kannst du direkt schon warten, weil das wird mit den beiden nicht klappen. Also es klappt ja da drin schon nicht. Also in meinen Augen ist da gar nichts. So, und wir werden es auch sehen, wenn die dann über alles reden dürfen und so. Ich sage es euch, mein Venus-Hügel sagt mir das jetzt schon. Die sind heute safe nicht mehr zusammen. Die waren danach bestimmt auch nicht zusammen, weil einfach der Yasin ein verlorener Fall ist. Also jetzt mal ganz im Ernst und ja, der wird halt auch niemals Glück erfahren, wenn er so weitermacht. Das wird einfach nicht klappen. Das ist so. Und wer das geil findet, ne, der muss endlich aufwachen. Also das ist nicht geil. Das ist wirklich nicht geil. Biedert euch nicht an. Heißt das so? Biedert euch nicht zu doll an. Also ich achte mittlerweile sogar schon so auf Sachen. Gestern habe ich zum Beispiel mit einem geschrieben und dann hat der, also es ging halt wirklich nur um irgendwas Körperliches. Und dann habe ich einmal geschrieben, ja, wie heißt denn du eigentlich? Und dann sagt er mir so seinen Namen. Und das ist ja, fragt er denn jetzt auch mal, wie ich heiße? Oder nicht so? Und das sind so Kleinigkeiten, ne? Also früher hat mich das dann so angetörnt und dann dachte ich, oh ja, der behandelt mich schlecht, genauso wie ich das ja kenne, irgendwie aus der Kindheit und so. Aber heute will ich mir das einfach nicht mehr geben. Ich will mir das nicht geben. Ne. Dann lieber nicht. Also dann macht es nicht. Ihr müsst das schon auch leben. Denn, weil die Leute können natürlich nur mit euch machen, was ihr denen erlaubt. Ne. So. Psychisch. Okay. Dann war es das. Ich möchte euch gerne nochmal dran erinnern. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kommentieren. Sagt mir, was ihr denkt über das heutige Spektakel hier. Aktiviert die Glocke. Und geht rüber zu Instagram auch. Weil das ist mittlerweile auch, da passiert sehr viel. Das teile ich mit euch. Und ja, das war es. Also, bitte. 촉rendo. Fastly. Bald. Fastly. 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 Vielen Dank.